Ja hallo, mein Name ist Roland Giersig, ich bin von der Digital Society. Ich habe auch eine Terminankündigung und zwar machen wir eine Housewarming Party nächsten Donnerstag, also genau in einer Woche, ab 17 Uhr in unserem neuen Vereinslokal am Graben 17. Und möchten dazu alle, die sich für digital, auch für Netzpolitik, vor allem aber digitale Organisationen, die sich hier mit dem Thema beschäftigen, ganz herzlich einladen, doch vorbeizukommen. Wir haben also vor, für Speis und Trank ist natürlich gesorgt, und wir haben aber vor, uns auch entsprechend zu vernetzen und verschiedene organisatorische Sachen zu besprechen, wie wir besser zusammenarbeiten können. Das wäre also von meiner Seite die Terminankündigung. Details gibt es auf digisociety.at, am Flipchart steht es auch noch, falls jetzt jemand das nicht mitgekriegt hat. Nächsten Donnerstag, 12.01. ab 17 Uhr, Graben 17. Gut, Dankeschön. Vielen Dank. Applaus Applaus Applaus